das jahr geht dem ende entgegen wir sind der ersten weihnachtsfeiertag angelangt und an dieser stelle möchte ich euch ein fröhliches und besinnliches weihnachten wünschen mich für eure treue bedanken und die neuen und neuesten abonnenten auf meinem kanal begrüßen bleibt schön gesund und kommt gut rüber ins neue jahr viel gesundheit glück und erfolg und dass wir uns im nächsten jahr wiedersehen euer sven von sven's kitchen cooking in and out so 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 so